Yo Leute, Willkommen zurück zu Insta und dieses Mal verpasse ich hoffentlich nicht die Abmoderation. Ähm, ne, werde ich gucken, dass ich ein wenig farm gehe. Moment, da. So, ein paar Medikets auf jeden Fall. Gold kriege ich noch nicht. Äh, Graphen müsste ich schon kriegen, ja. Oh, ja, ja, ist kein Craft-, äh, Crafting-Slot frei. Moment, ich könnte auch hier... Oh, Moment, das, das. Dann da könnte ich 5 machen. Und hier kann ich auch mal 5 machen. So. Instant-League, bla bla bla. Aha. Die Infection war runter. Sehr praktisch. Aber, hm, im Moment ist mein erstes Ziel mal, äh, der hier. Okay, ich muss unbedingt was gegen... hinten machen. Okay. Da ist ein Ausgang zum Not. Da! Wie kommst du denn da hin? Das ist der, den ich geschmissen hab, ne? Das ist der, den ich außersehen geschmissen hab. Fuck. Okay. Ich muss das Ding auf jeden Fall einzäunen. Und dann auch hier unten mal so ein bisschen was hinstellen. Was dann trotzdem schießen kann. So, äh, 6, 7. Erstmal was futtern. Okay. Der erste Schwung Medikits ist jetzt fertig. Ich mach jetzt trotzdem nochmal ein paar. Kann leider nur 5 machen. Hab ich grad gesehen. Äh, weil ich kein Holz mehr hab. Gut. Dann aber jetzt mit Gewalt und ordentlich Schwung gehen wir auf Sammelsuche. Ähm, wohin packe ich das? Ich könnte das hier vorne hinpacken. Ich glaub ich packe das hier vorne hin. Äh, Elmium. Hm. Elmium ist auch ne gute Frage, wo ich das dann packe. Äh, ach, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Ich würd erst mal sagen, machen wir das. Das und das. Also alles jetzt nochmal futtern. Ich hätte eventuell noch Ammo machen können. Das wär auch praktisch gewesen. Aber, brauchen wir nicht. So. Kann man eigentlich mit der Waffe in der Hand? Ne. Sonst fiert man. So. Na, was bist du? Du bist doch hauptsächlich Stein, ne? Ja. Ein bisschen Aluminium dazwischen. Und natürlich kein Kopfer für mich. Ja. Aluminium. Ein bisschen Stein. Aber wieder kein Kopfer für mich. Ich sag's ja. Ich werd. Alle Truhen voll haben, bevor ich ein Stack an Kupfer voll hab. Juchu. Kupfer. 20. 20 Stück hab ich. 30. Okay. Oh. 30. Schön. Also zumindest ist es ein bisschen was. Aber ich halt. Und weg. Weg ist er. Ökopf war 60. So. Wie gesagt ist ein bisschen was. Ein paar Seeds. Helfen fürs Futter. Und dann. Das müsste doch. Ich bin nicht ganz irre. Ja. Hier ist Gold. Unter anderem. So. Sulfo. Silver. Gold. Und. All sonst passt hier. So. Sulfo. Ah. Gibt's eigentlich noch Keramik? Das hab ich dann nämlich noch nicht gefunden. Und. Ah. Kein Glück gehabt. Na wirklich. Kupfer ist so das. Das. Schwierigste zu bekommen. Was man wirklich in Massen braucht. Da hinten ist was. Das ist auch was. Haben wir noch mehr. Ich bin mir nicht sicher was es ist. Hau ab. Du bist ein aggressives Viech. Hau ab. Hab ich dir gesagt. Hau ab. Und du hast recht. Du kriegst alle einen Freiflug. Von mir. Spendiert. Wenn ihr so weiter macht. So. Okay. Pfff. 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 So. Jetzt. Reicht's mir aber langsam ey. Okay. Kein Glück gehabt. Silber. 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 Eigentlich. Hätte ich gerne ein bisschen mehr Gold. Wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich ist Gold hier das. Ja. Gold ist hier das Kupfer aus dem. Aus dem Stein. Ist nicht tragisch. Ich erkenne ja Gold trotzdem. Den lassen wir aber ganz. Hau ab. Da ist auch noch. Was. Und. Ich hoffe mal wir kriegen das jetzt. Oh. Macht das Damage? Tatsache. Das macht mir Schaden. Meine eigene Sicherheitseinrichtung macht mir Schaden. Oder was? Willst mich doch verarschen. Okay. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Äh. Moment. Äh. Okay. Äh. Äh. Wasser. Essen. Holz ist hier drin. Ne da ist Holz drin. Okay. Keine Ahnung. Also irgendwas. Äh. Dann muss auf der anderen Seite Holz sein. Da. Da. Und da. Sache. Also das werde ich auf jeden Fall locker voll kriegen. Bevor ich Kupfer auch nur ein Stack voll kriege. Weil Kupfer halt auch immer gebraucht wird. Für alle möglichen Scheiß. So. Was haben wir denn noch hier? Schönes. Äh. Aluminium. Kann auf jeden Fall weg. Gold müsste dann... Also hier müsste selber sein. Ne. Hier kommt Gold rein. Weil hier ist selber drin. So. Ähm. Grafit. 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 Ah. Ne. Ne. Grafit kommt hier raus. Was ist denn hier drin? Kupfer. Kupfer kommen. Kupfer kommen. Hier rein. Ups. Falsch. Knopf. Äh. Und hier kommt Lithium rein. Das haben wir hier drin. Und da drin. Und hier. Und hier. Ne. Das hier ist wichtiger. Ja. Und das. Äh. Ich hab grad Schwäfe gesehen. Hier hinten. Sind Medi-Kids drin. Und halt. Komisches Zeug. Okay. Dann. Würd ich sagen. Wieder raus. Ach ne. Moment. Warum ich den ganzen Spaß hier überhaupt gemacht hab. Dann. Ist der. Dass ich. Äh. Moment. Und zwar. 40. Ne. Nicht drop. Nicht droppen. Äh. Ja. Was. Ne. Okay. Moment. So. Ey. Äh. Äh. Und zwar 40. Transfer. Dann brauche ich Holz. Kann ich das einfach nehmen. Was brauchte ich denn noch? Quarz brauchte ich noch. Quarz, 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 Quarz. Bist du hier drin? Ja. Ja. Bist du drin? Und dann muss ich gucken was ich noch brauchte. Ähm. Silikon. Stein brauche ich. Gold. Hände ich jetzt schon mit denen. Gott im Himmel ey. Ich brauche Stein. Somit eins des. Dass ich. Äh. Womit ich jeden tot schmeißen kann ey. Womit ich jeden tot schmeißen kann ey. Wenn das geschossen war. Könnte ich die. Äh. Könnte ich wirklich jeden Gegner damit killen. Ist egal wie viel Leben der damit hat. So. Ähm. Was fehlte mir? Das hier fehlte mir. Ne. Das fehlte mir nicht. Schwachsinn. Ist aber wurscht. Äh. Silikon fehlte mir. Ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich auch. Zwei davon. Jeweils. Ist das eigentlich. Power of Cell. Da brauche ich Uranium für. Hab ich auch noch nicht. Aber es ist auch. Viel viel. Krassere Scheiß. Später. Ich brauche 3 Silikon. Scheiße. Ich hab keine Silikon. Scheiße. Ich hab keine Silikon. Ich hab keine Silikon. so, erstmal das craften und dann fährt mir gerade ein der braucht mid oder high ach du scheiße, ja, dafür brauch ich noch Schäfe ok, das heißt komm her einmal das craften ok ok gut wo kommt das denn dann hin ach, das kommt auf E ach so, und upgrade ja, das ist ja AOE repair teslinium hold power shift button default control to repair all structures within 2 meters of target hä, double the radius of area repair ja, eher von 2 auf 6 ja ja, ok garantiert ok 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 kann ich alles nicht kann ich alles nicht ok dann muss ich mir was anderes ausdenken und zwar das hinkt du hier dann muss ich mir ach so, Schäfe wollte ich Schäfe, 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 Schäfe Schäfe müsste hier drin sein kommst mit dann kommst du da hin äh, bei Silber hatte ich nix ähm ich glaub, Lead brauchte ich für die Patron äh, Quarz kommt da hin und steig und da hin so, und jetzt Munition machen Munition machen, Munition machen, Munition machen ganz viel davon, bitte so, weg weg die hier viel ja ähm mehr als 15 brauche ich davon gar nicht machen weil da hab ich kein Blei Uranium wird aus Urankristallen gemacht ja, geil ok die gehen ziemlich schnell finde ich ok ähm und dann würde ich mal sagen vier reload mal bitte so, und dann gucken wir mal ob wir ob wir irgendwie es geschissen kriegen zack diese äh diesen Unterstopf von den Mistviechern zu finden so da oben äh gehen wir mal hier lang was ist denn das ich laufe direkt drauf so und ich kann mir nicht vorstellen dass ah das ist ein abgestützes ja perfekt 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 so perfekt perfekt 7 8 toll das gibt titanium äh sonst irgendwas interessantes hier ich glaube nicht ach hab da hinten also da wäre ein Unterschnupf da ist ein Unterschnupf das leuchtet wie wie ein Leuchtfeuer stirb lieber reloaden lieber einmal zu viel reloaden als einmal zu wenig ist echt so ok stimmt ich weiß wieder wo ich letzte ähm ne nicht letztes mal vorletztes mal war ok titanium wieder ein bisschen titan davon habe ich ja so wenig gibt es hinter dem Wasserfall eine Höhle das wäre mega cool mega klischee aber mega cool habe ich eine flashlight ok aber ich komme hier nicht rein schade 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 ok dann würde ich sagen mache ich mich auf den Weg ein bisschen was abzuballern hätte ich vielleicht das Repair Tool äh ablegen können aber es ist zu spät dafür so darüber hallo 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 äh hier geht es ein bisschen runter es ist auch sehr viel weniger los als ich erwartet hätte ich weiß dass wenn man sich fern von der Basis hält dass dann äh weniger Gegner spawnen das wusste ich auch schon vorher aber äh dass so viel weniger los ist das hätte ich wirklich nicht erwartet äh die Anzahl wird bestimmt die Größe der Basis das wusste ich deswegen äh war es vielleicht ein bisschen blöd direkt am Anfang so groß zu bauen aber ich wollte halt groß bauen zack hier hoch ne nicht mal ansatzweise ok ok wie komme ich jetzt hier wieder raus ich bin für ewig in diesem Tal gefangen ne also zur Not würde ich hier mit äh mit dem Holz sogar noch oder hier mit irgendwas äh an Rohstoffen würde ich mich hier hochbauen so dann attacken wir mal den Hive da ist das Treppen da oder ist das einfach nicht geladen vom ja scheint einfach nur nicht geladen gewesen zu sein so 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 Bitter Seed das ist ein Bitter Seed ach das sind die wo ich immer noch nicht weiß wofür die da sind ok ok ein bisschen Blei mitnehmen für die für die Ammo Kupfer wäre auch ganz cool gewesen aber was erzähl ich Kupfer es wird einem nicht geschenkt Kupfer muss man sich verdienen ich hab noch nichts gemacht um es mir zu verdienen ok wie komm ich da hoch ich kletter erstmal einen Baum hoch das hilft hallo hallo war eine Scheißidee war eine Scheißidee auf den Berg zu gehen mit einer Schrotze den hat man sich den hat sich mal weggefickt ok ok das war richtig schlecht gezielt okay okay und hi sehr schade so Gott, wie komme ich denn da hoch? ups okay hat keinen Schaden gemacht ich kann es hier da versuchen zack zack okay ich befürchte fast, dass ich hier sterben werde 8, 6, 7 zur Sicherheit mal und so langsam werden es viele jawohl schön verteilen okay gut ob ich den Scheiß hier überlebe oder nicht seht ihr dann in der nächsten Folge sieht aber im Moment ganz gut aus Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Ihnen haut es rein bis dahin ciao ciao okay